schneiden sie die nanotech folie auf die gewünschte länge zu installieren sie die isolierplatten und nanotech folie oben auflegen schneiden sie eine nut zur aufnahme der drähte crimpen sie die verbinder mit einer nanotech parallel krimp zange und verbinden sie die drähte verwenden sie klebeband um die nanotech folie und die drähte zu fixieren verlegen sie die unterschicht und den teppich neues heizsystem ist fertig